Die Outdoor-Marke Mammut importiert die Waren für einen Bruchteil des Verkaufspreises aus Vietnam. Das wird durch veröffentlichte Zolldokumente gezeigt. 16 Ier-Jacke kostet 160 Schweizer Franken im Mammut-Onlineshop. Die Schweizer Outdoor-Marke Mammut ist bekannt für ihre Top-Produkte. Die sind jedoch richtig teuer. Dadurch wird die Marke zu einer goldenen Nase. In 2020 erzielte die Mammut-Sports-Group einen Umsatz von 218 Millionen Schweizer Franken. Ein Beispiel, die Jacke Aconcagua LED-ML für Frauen kostet 160 Schweizer Franken im Onlineshop. Da die 160-Franken-Jacke Mammut für 29 Schweizer Franken und 60 Rappen importiert hat, ist der Rand der Mammut daher ein Shoppinger 130 Schweizer Franken und 40 Rappen. Die Marge kann jedoch nicht mit dem Gewinn gleichgesetzt werden. Lohn- und Transportkosten zusätzlich zu tun.